Guten Abend und natürlich herzlich willkommen hier bei JFD Bank zu unserem neuen Webinar, unserem jetzigen Webinar über Wahrscheinlichkeitsvorteil durch Indikatoren. Mein Name ist Stefan Frölichowski und natürlich auch im Namen von mir und von JFD herzlich willkommen an diesem, ja nun wirklich, glaube ich, überall recht warmen Abend. Also wer mal genau hier auf meinen Bildschirm schaut, ganz oben seht ihr auch meine Temperatur, meine Außentemperatur, die ist 32 Grad, links daneben ist die Prozessortemperatur. Also so heiß ist es dann doch wieder nicht, aber da wird es wahrscheinlich irgendwann so klein, dass man es dann auch nicht mehr lesen kann. Aber es wird nicht nur bei mir so warm sein, sondern bestimmt bei euch auch. Und ja, bei mir steht das Bier auf jeden Fall schon kalt, weil nach dem Webinar ist dann dafür auch mal Zeit. Bei euch natürlich gerne auch jetzt schon, aber alles natürlich der Reihe nach. Achso, heute, den 25. Juni 2019, 19 Uhr natürlich und etwas ungewohnter Tag. Sonst machen wir es immer mittwochs, heute mal Dienstag aus besonderem Anlass. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ihr seht schon meine E-Mail-Adresse, s.friedrichowski at JFDBank.com. Später gibt es auch wieder einiges heute an Excel. Von daher, wer gerne die Sheets haben möchte, wie immer einfach eine E-Mail an mich. Und dann sehe ich zu, dass das natürlich möglichst schnell wie immer zu euch kommt. Anderer Hinweis auch wie gewohnt. Die Folien sind bereits zum Download da. Also PDF-Download ist ja möglich. Unten rechts in dem Go-To-Webinar-Control-Panel erreicht ihr automatisch auch die Folien von heute. Kleiner noch weiterer Hinweis. Weil wir werden häufig gefragt, Mensch, wo findet man denn die Aufzeichnungen von den ganzen Webinaren? Das ist relativ einfach. Ich habe hier einfach mal das Suchfenster. Und wer da JFD und dann YouTube eingibt, landet ziemlich schnell genau auf dem YouTube-Kanal. Und da sind auch die ganzen Aufzeichnungen von meinen Webinaren meistens so am nächsten Tag um 10 Uhr. Hier seht ihr genau die ganzen Webinare. Auch nicht natürlich von mir, sondern ganz viele. Und wer wirklich ganz alle sehen will, der klickt hier auf Videos. Da kommen die rein, so wie sie genau auch aufgezeichnet werden. Also von daher, da wird es dann richtig viel. Und wer es mag, kann das gerne auch abonnieren. Dann kriegt man automatisch schon mal einen Hinweis, dass neue Videos verfügbar sind. Aber das nochmal als Hinweis, wo die ganzen Aufzeichnungen auch von, wer weiß wie lange her, jeweils zu finden sind. Thema heute, Wahrscheinlichkeitsvorteile durch Indikatoren. Okay. Um das genau einzunorden, was wir heute machen. Es ist nicht so, dass ich am Ende sage, okay, wir nehmen den EMA 38 und den traden wir. Und das ist es. Ich will euch genauer zeigen. Es kommt zwar vielleicht raus, EMA 38 in einer bestimmten Art und Weise. Aber ich will euch ganz genau zeigen, wie es zu diesem EMA kommt. Übrigens, die 38 ist jetzt wirklich Fantasie. Ich möchte wirklich euch den Weg durchleiten, wie man genau dazu kommt, dass Indikatoren auch tatsächlich einen Wahrscheinlichkeitsvorteil fürs Traden haben können. Wir werden hier nicht so weit gehen, dass daraus eine Handelsstrategie entsteht, so wie wir sie auch in zahlreichen anderen Webinaren hatten, die dann wirklich ganz messerscharf alles definieren, bis zum Stop-Loss, Take-Profit und Time-Stop, was auch immer. Aber das werden wir hier keinen Fall schaffen, sondern es geht erstmal nur darum, erstmal überhaupt den Wahrscheinlichkeitsvorteil zu holen. Und wie man da methodisch vorgeht, das will ich euch zeigen und natürlich auch so ein bisschen Rüstzeug mitgeben. Deswegen auch der Hinweis schon wegen Excel-Sheets. Ich zeige euch das einerseits an einem Excel-Sheet, wie man das machen kann und wie auch ihr das dann machen könnt. Ich gehe aber nachher auf viel umfassendere Ergebnisse noch ein. Die habe ich dann natürlich wieder, wie immer, ihr kennt das Spiel, nicht mit Excel erzeugt, sondern dann mit C++-Programmen, weil das einfach ein ganz anderer Geschwindigkeitsvorteil ist. Das ist also ein anderer Vorteil, der entscheidend ist. Aber das Gute ist, ihr könnt auch selber die Sachen nachstellen, natürlich dann über ein solches Excel-Sheet. Wie immer, der allerletzte Hinweis. Wir müssen immer einmal das zeigen. Der Risk-Disclaimer, wir reden über Trading, Trading-Strategien, Forex, CFDs, rauf und runter, Investment. Über all das reden wir hier in den Webinaren. Und schließlich und endlich macht ihr wahrscheinlich irgendwann irgendwelche Trades. Und logischerweise, die wie immer auf eigene Verantwortung. Das soll natürlich hier wie auch natürlich einmal wieder gesagt werden. Aber ich glaube, es ist sehr leicht und nachvollziehbar. Gucken wir uns mal genauer an, wie wir vorgehen. Ich muss gleich tatsächlich nochmal mehr über das eigentliche Ziel erstmal reden, was wir wirklich erreichen wollen. Das klingt immer so banal. Einfach mal einen Wahrscheinlichkeitsvorteil ableiten. Und womöglich könnte ich das zusammenfassende Folie machen. Okay, hier ist er, 52,3%. Wenn man das so tut, hat man eigentlich nicht viel gekonnt. Und ihr kennt mich, das Ganze soll ein bisschen Hand und Fuß haben. Und einfach nur sagen, irgendwas funktioniert. Und ich weiß noch nicht mal genau warum, aber ich weiß, dass es funktioniert. Das reicht mir natürlich nicht. Das ist definitiv ja nun mal nicht mein Anspruch. Also es soll genauer über das Ziel reden, wie wir da vorgehen. Dann auch, welche Indikatoren ich überhaupt untersuche. Ich kann natürlich nicht alle mal eben hier untersuchen, die beispielsweise MT4 oder sonst welche Chartprogramme auch hergeben. Wir werden einfach mal ein paar nehmen. Aber prinzipiell kann man das Ganze mit einem beliebigen Indikator machen, der sich mathematisch erfassen lässt. Das sage ich deshalb immer, weil wenn man zum Beispiel über Widerstandslinien, Unterstützungslinien und dergleichen redet, dann lassen die sich immer nur begrenzt mathematisch erfassen. Da kommt ganz schnell Spielraum, Interpretationsspielraum. Also wenn, dann braucht man eine mathematische Definition und dann könnte man auch solche Sachen natürlich nehmen. Wir werden heute tatsächlich, und das ist fast ungewöhnlich für mich, mal ausschließlich über Trefferquote reden. Das können wir machen, weil wir gar nicht wirklich Trades eingehen. Also Trades nur nach der Frage, ist Long gut, ja oder nein? Ist Short gut, ja oder nein? Und dass daraus trotzdem schon was entsteht, naja, das werden wir natürlich machen. Aber da reduzieren wir uns heute ausschließlich auf Trefferquote. Und auch wenn ich ja weiß, dass zum Beispiel, wenn wir über ein Trading Account reden oder eine komplette Strategie mit allem Schnickschnack, also Stop Loss, Take Profit, naja, Trefferquote allein, ihr kennt es, ist natürlich wie immer nicht alles. Ich stelle euch dann vor, wie die Excel-Shit aussehen, wenn ihr eigene Untersuchungen macht, wie die aufgebaut sind. Und es gibt so ein paar Sachen da zu beachten. Und dann will ich das Ganze natürlich umfassend vorstellen für alle Indikatoren und mit allen Schlussfolgerungen, die sich dann aus dem Ganzen dann tatsächlich ziehen lassen. Gut. No, was wollen wir genau erreichen? Okay, ihr seht, ich habe mal wieder einen ersten Satz hingeschrieben, der mit einem Smiley endet. Klar, Geld verdient. Also wir wollen traden, einerseits, ja. Das kann auch einfach Vergnügen sein, auch okay. Aber das primäre Ziel ist natürlich wie immer eindeutig, dabei soll schließlich und endlich mehr überbleiben, als wir irgendwie gebraucht haben. Also wir wollen eine Rendite erzielen. Okay, geschenkt. Ist ganz klar. Was wir generell hier immer unterscheiden, und da bin ich ja nun mal vor allen Dingen der Freund der rechten Seite, nämlich, ich unterscheide ja generell zwischen dem diskretionären Traden und dem sturen Algorithmen. Und ihr wisst, dass ich selber natürlich stark auf der rechten Seite nicht dieser Gleichung, sondern dieses Vergleiches bin. Aber natürlich hat das diskretionäre Traden absolut seine Berechtigung. Und ich will auch niemandem absprechen, damit nicht erfolgreich zu sein. Aber was ich immer glaube, dennoch, auch beim diskretionären Traden, braucht man natürlich Vorteile. Die können natürlich aller möglicher Art sein. Wenn ich eine genaue Ableitung habe, warum bestimmte Elemente der Markttechnik mir ein Edge erzielen. Also ich benutze heute gerne mal das Wort Edge zwischendurch. Das ist ein bisschen kürzer als das Wort Wahrscheinlichkeitsvorteil. Das ist aber einfach das Gleiche in Englisch. Das geht irgendwie schneller über die Lippen, weil Wahrscheinlichkeitsvorteil ist so ein wahnsinnig langes Wort. Also natürlich brauchen wir immer diesen Edge, auch im diskretionären Traden. Wenn ich jetzt aus Basis meiner Chartanalyse heraus sage, jetzt gehe ich Euro, US-Dollar long, dann sollte diese Analyse auf etwas basieren, was ja auch tatsächlich einen Edge hat. Und der sollte bewiesen sein. Wie auch immer, das kann auch meinetwegen das zehnjährige Track-Record eines Kontos sein, der genau nach einem bestimmten Vorgehen tradet, dann ist das auch für mich absolut ein valider Edge. Will ich überhaupt nicht widersprechen. Was wir generell wissen, das gilt natürlich jetzt sowohl fürs diskretionären Traden als auch bei allem, was wir aus Algorithmen herausholen, ist, weil immer wir einen Trade eingehen, brauchen wir einen Edge. Und ohne Edge sollten wir besser gar keinen Trade eingehen. Das ist in der Tat, glaube ich, einer der Schwierigkeiten, die viele beim Traden haben. Dann geht es relativ schnell in Bauchgefühl, Meinung. Ja, der DAX muss jetzt nach Norden. So richtig weiß ich auch nicht, warum. Naja, gut, die Wirtschaftslage ist gut oder andere. Also es gibt halt schon einige Begründungen. Aber mir reicht das nicht. Das ist noch kein Edge. Er ist zumindest nicht untermauert. Und das wollen wir natürlich hier auch mit erreichen. Und wie? Nein, wir wollen einfach mal fragen, ob nicht Indikatoren, die wahrscheinlich sowieso viele in ihren Charts haben, gewissermaßen diesen Edge generieren können, der uns dann hilft. Aber das will ich natürlich mir immer nicht als bloße Behauptung dann lassen, sondern das will ich natürlich auch dann beweisen. Das ist vielleicht mathematisch ein bisschen hochgegriffen, aber zumindest statistisch untermauern. Also fragen wir nach, welchen Indikatoren da ein Edge liefern können. Und natürlich müssen wir auch fragen, wie messen wir jetzt überhaupt diesen Edge, diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil? Das sind beides Fragen, die wir natürlich genauer uns angucken müssen. Und das heißt final, wie können wir also mit einem Indikator, mit ja welchen und welchen Einstellungen genau dann einen Edge erreichen und wie groß ist er? Wir müssen ihn messbar machen. Was nicht messbar ist, ist in aller Regel nicht beurteilbar. Und das gilt sicherlich für viele Bereiche des Lebens, aber erst recht natürlich und insbesondere fürs Traden. Okay, welche Indikatoren? Also in Summe untersuche ich hier fünf Indikatoren. Wenn ich das vorhin nochmal richtig gesehen habe, habe ich in Wahrheit nachher in den C++ Sachen auch noch sechs Indikatoren untersucht. Aber sei es drum. Ich erzähle erstmal über die fünf, die auch in den Excel-Sheets auftauchen. Es sind von der Grundlage her einfach gestrickte Indikatoren. Einfach insofern, dass alle diese Indikatoren, über die ich gleich rede, kommen immer mit einer Periode aus. Warum betone ich das so? Wenn ich zum Beispiel einen EMA Cross traden will und mir daraus einen Edge machen will, wie der Name sagt, EMA Cross klingt schon nach zwei EMAs. Und also dann hätten wir natürlich zwei Periode. Oder ein MACD, der hat sogar gleich drei Zahlen, mit denen er arbeitet. Und so gibt es halt viele andere Indikatoren, die ein, zwei, drei oder noch mehr Parameter in sich birgen. Wir fangen einfach an, natürlich. Und deswegen habe ich einfach nur Indikatoren genommen, die alle mit einer, ich nenne das jetzt gleich immer Periodenlänge, auch wenn der Begriff eher vom EMA auskommt. Der vielleicht grundsätzlich einfachste ist das Momentum. Und das ist der trivialste eigentlich überhaupt. Das ist die prozentuale Änderung. Also ich drücke sowas immer gerne in Prozent aus, damit ich unabhängig bin vom aktuellen Kurs, was insbesondere beim DAX oder Goldpreis oder Öl besonders wichtig ist. Also einfach die prozentuale Änderung nach X Kerzen. Also das Momentum für vier Kerzen. Wir machen uns nachher alles auf H1-Basis. Naja, dann gehen wir vier Kerzen zurück, gucken nach dem Close-Kurs, gucken nach dem aktuellen Close-Kurs der Kerze, bilden die Differenz, teilen durch den Kurs, dann haben wir die prozentuale Änderung und das ist das Momentum. Selbstzitter. Also wirklich ein ziemlich einfacher. Der heißt in der MT4-Sprache gerne auch einfach ROC, Rate of Change. Denn ein nächster Indikator oder die nächsten zwei sind dann jeweils basiert auf EMAs. Aber nicht der EMA selbst ist sozusagen der Edge, weil zu einem EMA hätten wir ja eigentlich nur zwei Zustände. Wir können, der aktuelle Preis kann oberhalb vom EMA liegen oder unterhalb vom EMA liegen. Das ist jetzt ein bisschen wenig, da einfach nur zwei Zustände zu kennen. Und deswegen machen wir es ein bisschen anders. Deswegen nehmen wir einmal die Distanz vom EMA. Also das ist nichts anderes als die prozentuale Entfernung des Close-Kurses von dem EMA zum gleichen Zeitpunkt. Das nenne ich immer einfach Distance EMA. Und den Art von Indikator haben wir auch schon in anderen Strategien verwendet, die dann eher auf Mean-Reversion-Strategien rausgelaufen sind. Und es geht einfach darum, wie weit sind wir weg vom EMA. Der EMA selbst hat natürlich wieder eine bestimmte Periodenlänge. Ebenfalls auf Basis vom EMA können wir natürlich auch noch was anderes machen, was nicht nur zwei Zustände dann kennt, wie wir sind oberhalb oder wir sind unterhalb, sondern wir können auch nach der prozentualen Steigung einfach fragen des EMAs. Da kommt natürlich sofort die Frage, wie berechnet man sowas? Das sind eigentlich auch relativ einfach, direkt sogar im Chart. Dafür gibt es übrigens auch Indikatoren, die das einem anzeigen. Die sind frei verfügbar. Einfach nach Google, dann findet man das auch als Indikator. Also Slope EMA, also die Steigung des EMAs, was man da macht, ist man nimmt einfach den EMA von der aktuellen Kerze minus den EMA von der vorherigen Kerze, bildet die Differenz und dividiert einfach durch den aktuellen EMA. Dann hat man die Steigung, also für die mathematisch angehauchten, haben wir dann den Differenzenquotienten, also nicht den Differenzialquotienten, sondern den Differenzenquotienten und das nehmen wir einfach als Maß. Steigung. Okay, große Steigung, Preis geht gerade deutlich nach oben und so weiter. Der Rest ist offensichtlich. Dann haben wir Nummer zwei, die sind nochmal ein bisschen anders gestrickt. Wir können nehmen, das lässt sich ebenfalls im MT4 darstellen, einfach die Regression. Genau genommen nehmen wir die Steigung einer Regressionsgraden, die in x Kerzen reingelegt wird. Okay, bei zwei Kerzen wird es ein bisschen dünn, einmal zwei Close-Kurse. Da geht zwar, ist eine Gerade eindeutig definiert, aber nur gut, mathematisch korrekt. Das Bild ist schon mal die Steigung. Haben wir 100 Kerzen beispielsweise? Okay, dann legen wir einfach eine Regressionsgrade, das ist wie in einer Excel-Übung, einfach eine Ausgleichsgrade, so kann man sie auch nennen, legt man einfach rein, dann hat die irgendeine Steigung. Und das ist dann unser Indikatorwert. Auf dem wollen wir nachher Entscheidungen treffen. Und zu guter Schluss dann auch noch den RSI, der da auch relative Stärke Indikator heißt. Auch der hat eine Periodenlänge und ja, der macht ein bisschen sowas wie Übertreibungen, Untertreibungen, so Anzeigen, hat dann Werte zwischen 0 und 100 und naheliegend ist meistens, da bei ganz großen Zahlen, tendenziell geht man dann eher short, weil man überkauft ist und dann bei dem anderen halt geht man long. Gut. Okay, hier kommt eine ganz spezielle Frage noch zur Slope EMA. die gestellt wird, also ich habe die Gleichung so angegeben, aktueller EMA minus vorheriger EMA dividiert durch aktuellen EMA und Hinweisgrund oder Frage, oder ob ich nicht beim Dividieren nicht durch den aktuellen, sondern durch den vorherigen EMA dividieren soll. Also mathematisch ist es natürlich definitiv nicht dasselbe. Praktisch kann ich euch gleich sagen, bei den Zahlen, die wir haben, ist es dann doch dasselbe. Also der Unterschied ist so marginal. Also von daher spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob wir durch den aktuellen oder durch den vorherigen, also mathematisch spielt es eine Rolle, in der Praxis sind die beiden Zahlen ohnehin nahezu identisch und damit ist es dann egal. Gut. Soweit zu unseren Indikatoren. Jetzt habe ich gesagt, wenn wir jetzt heute vom Edge, also vom Wahrscheinlichkeitsvorteil reden, dann rede ich einfach nachher nur noch von der Trefferquote. Und ich will beschreiben, wie ich das nachher definiere oder was ich eigentlich tue. Also zunächst mal, ich mache gar keine wirklichen Tricks. Das heißt, ich habe keinen Stop-Loss, ich habe keinen Take-Profit, ich habe keine Lot-Zahl, gar nichts. Das bleibt alles außen vor, weil wir müssen die Sache zunächst möglichst einfach halten. Alles, was ich frage, ist, ist nach Y-Kerzen, die nennen dich nachher, und in den Excel-Sheets taucht da der Begriff Future Candles auf, Also einfach nach Y-Kerzen wäre ein Long-Trade sozusagen positiv gewesen oder ein Short-Trade positiv oder negativ. Und was meine ich jetzt mit positiv oder negativ? Da ich keine Kosten habe, wichtiger Hinweis, weil ich keine echten Trades mache, habe ich natürlich auch keine Kosten, ich habe keinen Spread, ich habe keine Kommission. Und trotzdem kann ich nachher was über die Größenordnung sagen, wann das Ganze profitabel werden wird. Weil, das wisst ihr, wenn man eine Trefferquote von 50,1% hat, wird es nach Kosten bei einem Chancen-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1 definitiv nicht reichen, um profitabel zu sein, aber dazu nachher dann nochmal ein bisschen mehr. Ich frage also nur, ob für einen Long-Trade der Close-Price meines Trades, also nach Y-Kerzen in der Zukunft, ob der größer ist als der Open meines Trades. Und um hier schon mal das gleich genau zu sagen, um die Sequenz abzubilden, also wir haben ein Close einer Kerze, jetzt machen wir unsere ganze Indikatoren-Untersuchung, diesen dann doch, ich nenne ihn mal fiktiven Pseudotrade, eröffnen wir dann zum Open der nächsten Kerze. So wäre nachher auch die Berechnung der Open, der nächste Kerze. Da geht es dann los und wir fragen einfach nur positiv oder negativ. Und das überführen wir dann einfach in eine Trefferquote. Es ist also in der Tat die reine Betrachtung eines Edges, des Wahrscheinlichkeitsvorteils, nicht mehr. Es ist kein echter Trading. Wenn ich Y-Kerzen sozusagen hier jetzt in die Zukunft gucke, was hier jetzt für die Untersuchung erlaubt ist, für andere Trading-Strategien natürlich nicht, die darauf womöglich Entscheidungen basieren. Es wird schon auch alles passiert, aber bei anderen Equity-Kurven, die sowas von nach Norden gingen. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Das ist dann meistens dieses, was zu schön ist, um wahr zu sein, ist dann in der Tat zu schön, um wahr zu sein. Wir fragen nur, haben wir ein Edge, ja oder nein? Okay, gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen pragmatischer an. Also, ich habe gesagt, alles mache ich mit H1-Daten und die zwei ersten Excel-Sheets, die hoffe ich, kann ich hier möglichst schnell wieder zumachen, weil jedes einzelne dieser Sheets ist irgendwie 29 Megabyte groß und belegt hier einen Haufen Speicher. Ganz kurz mal durch, wie ich das eigentlich stricke. und der eine oder andere in Excel wird sich schon gleich eine wichtige Frage stellen, oh, wenn ich hier variable RSI-Perioden haben will, das wäre so ähnlich wie eine variable SMA-Periode. EMA ist kein Problem. Das ist ein bisschen tricky in Excel. Natürlich kann man den Mittelwert über die letzten zehn Kerzen bilden. Das ist keine schwere Anweisung in Excel. Das aber wiederum variabel zu haben, ist nicht mehr ganz so trivial. Aber dazu gibt es einen Trick und den will ich natürlich auch gleich nochmal zeigen. Grundsätzlich, wie sind so die Sheets aufgebaut? Okay, fangen wir mal an. Wir haben zunächst hier oben, machen wir es mal eben ein bisschen größer, das hier so ein bisschen an die Seite schieben, mal gucken, da geht schon gleich die Sandu an. Wie gesagt, das Excel-Sheet ist reichlich groß und ich werde hier auch vorsichtshalber zumindest in dem erstmal keine Zahlen ändern. Also, wir haben natürlich hier einfach Preise und jetzt habe ich tatsächlich aus Versehen das Bild angeklickt. Gut. Uhrzeit, Datum, ich bilde auch noch die Summe von den beiden für Auftragungen und dann Open, High, Low, Close. Okay, so weit, so gut. Dann gibt es hier einfach eine Indikator-Definition. Dazu springe ich mal hier einige Kerzen runter. Warum fange ich erst später an? Naja, ich brauche Historie und ganz oben am Anfang des Excel-Sheets kann ich natürlich nicht irgendwie 128 Kerzen zurückgucken. Da sind ja gar keine Zahlen. Also, deswegen fange ich hier willkürlich erst bei etwas über 500 an, sodass wir also auch umgekehrt keine Perioden eintippen dürfen, die größer sind als etwas mehr als 500. Also, 512 ist noch okay. Darauf habe ich hier auch abgezielt. Und hier seht ihr auch gleich, also gut, RSI kann man leicht nachgoogeln, wie man den berechnet. Dazu muss man gucken, die Abkerzen, das ist das, was hier links, da vorne in Zeile J, in Spalte J und Spalte K, da werden die Abkerzen und die Downkerzen werden hier jeweils berechnet. Naja, und dann müssen wir den Mittelwert bilden aller Abkerzen und aller Downkerzen und das bei einem RSI 128 für die letzten 128. Und diesen Mittelwert variabel zu gestalten, geht in Excel über den Trick, der heißt indirekt. Da seht ihr, dass ich ganz vorne Spalte A und B, das sind für mich zwei Hilfsspalten, eingeführt habe, weil hier steht, von wo bis wo der Mittelwert zu berechnen ist. Also in den Zeilen 525 runter oder davor bis 398. Das sind die 128 EMA, 128er Periode. Und das kriegt man hier über diesen sogenannten Indirektbefehl. Ist sicherlich nicht ganz geläufig, geht auch mir nicht, mal eben hier durch die Finger, muss ich jedes Mal nachschlagen, wenn ich den brauche und meistens kopiere ich aus irgendeinem anderen Excel-Sheet. Okay, so viel dazu. Also auf jeden Fall, wir können jetzt die RSI-Periode auch beliebig variieren. Dann wird der RSI tatsächlich mal berechnet und hier in der ersten Zeile ist halt 47,47. Und jetzt mache ich folgendes. Jetzt habe ich hier oben einen Threshold. Ihr seht, das zweite gelb markierte Feld. Mit anderen Worten, hier sind eigentlich zwei Zahlen sozusagen auf Änderung getrimmt, sodass man mit den Zahlen rumspielen kann. Nämlich einmal mit der Periode und zum Zweiten mit einem Schwellwert. und ich habe einen Schwellwert bewusst, der ist jetzt symmetrisch gesetzt für Long und Short und unsere 47,47, naja, die ist weder groß genug, um den oberen Schwellwert zu überschreiten und noch nicht klein genug, um den unteren Schwellwert zu unterschreiten. Ich gehe mal an eine Stelle, wo der unterschritten wird. So, da ist es. Hier wird der Schwellwert unterschritten, ja, genau, unterschritten. Und was ich jetzt mache, ist, ich bleibe in der normalen Denklogik vom RSI. Ihr seht, das ist in der Spalte Long, steht eine 1, soll heißen, hey, wir untersuchen, ob wir in der Long-Richtung was Profitables hinkriegen würden. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter nach rechts. Ihr seht, da stehen Zahlen, Minus 1, Minus 1, Minus 1 und dann eine 1. Was hier steht, und oben steht Prediction 1, Prediction 2, Prediction 4, also eine Kerze nach vorne geguckt, zwei Kerzen nach vorne geguckt, vier Kerzen nach vorne geguckt und so weiter. Und dann steht da einfach eine Plus oder Minus 1. Sozusagen, ob wir auf der richtigen Seite lagen oder auf der falschen. Und das geht jetzt hier einfach runter in dem Excel-Sheet bis ans Ende. Das Ende ist hier unten bei Zeile 84.000. Also, Haufen Daten. Und ihr seht, dass die Kursdaten noch ein bisschen weiter gehen. Naja, weil wir ja hier, ab hier, ich zeige es mal, immer ein bisschen noch in die Zukunft gucken, um zu gucken, wo wäre denn der Trade gelandet. Also, hier bin ich jetzt 8 Kerzen in der Zukunft und bilde die Differenz zwischen dem Close in 8 Kerzen minus den Open, da wo ich den Trade sozusagen aufgemacht hätte. und dann frage ich positiver oder negativer und das alles. Das ist das, was wir hier machen, um dann den Edge zu untersuchen. Und jetzt gucken wir uns mal gleich erste Aussagen an. Ohne, dass ich hier irgendwelche Zahlen nochmal verstelle. Hier steht jetzt eine RSI-Periode und der Schwellwert für Long und der Schwellwert für Short. Also, oberhalb des Schwellwertes untersuche ich, ob ein Long positiv gewesen wäre und unterhalb untersuche ich, ob ein, nein, falsch rum, oberhalb untersuche ich, ob ein Short positiv gewesen wäre und unterhalb des Schwellwertes, also des anderen, dann dieses hier, untersuchen wir, ob ein Long Trade positiv gewesen wäre. Und jetzt wird es ja durchaus mal interessant. Okay, mit diesen Schwellwerten haben wir aus den rund 84.000 Zeilen, die wir an Daten hier Input haben, haben wir rund 10.000 Trades gemacht, 6.700 Long und 3.500 Short Trades und ihr seht, wie dann die Hitrate sich hier gestaltet. Und es ist in dem Fall sogar mal interessant, dass mit zunehmender Trade-Länge die Hitrate sogar ansteigt, wie man jetzt hier der Grafik hier auch entnehmen kann. Das heißt, schon mal gleich als erste Schlussfolgerung, hey, hier ist tatsächlich ein Edge. Also, wer jetzt den RSI so nimmt und wer den Threshold hier so setzt und ich habe als Kursdaten hier australischer Dollar, kanadischer Dollar, der hat einen Edge. Das heißt, immer, wenn wir dieser RSI-Periode den Schwellwert ober beziehungsweise unterschreiben, haben wir einen echten Edge. Und wenn man das so, diese Trades dann doch mal so darstellt mit ihrem Plus und Minus Eins, also wenn es eine Equity-Kurve wäre, dann kann man daraus sogar so eine Art Equity-Kurve machen. Und jetzt kann man natürlich an den Parametern drehen, logisch. Also, wo legt man den Schwellwert hin und welche Periodendauer nehmen war. Das ist jetzt alles erstmal frei. Mache ich auch gleich noch, aber dann sozusagen gleich systematisch mit einer zusätzlichen Abwandlung noch. Ich will nochmal kurz beschreiben für jeden, wer das jetzt selber benutzen will. Okay, Kursdaten im Zweifelsfall austauschen gegen ein anderes Symbol. Das hier H1-Daten drin sind, spielt erstmal prinzipiell keine Rolle, davon weiß Excel nichts. Jede Zeile ist einfach eine Kerze, man könnte auch andere Periodendauer nehmen. Was ich dann halt mache, wenn ich dann, wenn wir hier H4-Daten reintun, dann ist natürlich Prediction 1 gemeint als 4 Stunden logisch, Prediction 2 und dann 8 Stunden und so weiter. Ich bin bewusst bei den H1-Daten geblieben, weil ich will noch Statistik haben. Statistik heißt, okay, ich habe hier in Summe 80.000 Kerzen oder Daten Punkte und habe jetzt hier rund 10.000 Trades mit diesen Schwellen untersucht. Ja, das ist sozusagen mal auch Statistik. Hätte ich jetzt D1-Daten genommen, dann wäre alles halt um Faktor 24 kleiner an Daten. dann wird immer die Statistik sozusagen immer dürftiger, dann ist sie halt nicht mehr so schön belastbar. Also Kursdaten ist das eine, was man austauschen muss, wenn man ein anderes Symbol nehmen will und dann kann man natürlich hier andere Werte ausprobieren. Achtet ein bisschen ganz vorne und ganz hinten im Excel-Sheet, also wer jetzt noch viel mehr Daten hier reinfüttert, dann muss man hinten am Excel-Sheet noch ein bisschen was weiter nach unten kopieren. Das wäre jetzt mal der Indikator ASI. Ich habe euch in Wahrheit alle gemacht, sozusagen einen zeige ich noch, wer also Excel-Sheets haben möchte, kriegt nachher in Summe nicht nur zwei Excel-Sheets, sondern dann sogar gleich schon allein für die Indikatoren zehn. Ich habe es einfach auch schon mal mit australischem Dollar, kanadischem Dollar und einmal mit Euro, japanischem Yen ausgefüllt und hier habe ich jetzt mal den Distance EMA als weiteren Indikator und der braucht natürlich hier, der hat zwei Formal stehen hier meine zwei Hilfsschwalden alle drin, den brauchen wir nicht, EMA ist auch so eindeutig definiert und jetzt kann man hier einfach an der Schwelle rumdrehen, ich habe die weiterhin hier erstmal symmetrisch gelassen für Long und Short, Trade-Logik mache ich hier genauso, wenn ich weit genug also von meinem EMA weg bin, meinem Short-Trade, wenn ich nach unten, also nach Süden weit genug weg bin, mein Long-Trade. Auch hier kriegen wir einen deutlichen und guten Wahrscheinlichkeitsvorteil. Schon gleich der Hinweis, das lässt sich für diskretionieren, zu traden, unmittelbar ausnutzen und ich gehe sogar so weit, mit ein bisschen Gefühl für den Chart kann ich das sogar ohne Indikator machen, weil was sehe ich? Übertreibungen und Übertreibungen handele ich in die Gegenrichtung. Das ist so langsam entsteht hier schon diese Kernaussage. Wollen wir aber natürlich nicht nur dem Bauchgefühl überlassen, sondern nachher der wirklich statistisch belastbaren Auswertung. Also hier will ich nur mal zeigen, kann man auch andere EMA-Werte nehmen. Jetzt gehe ich mal einfach um EMA 32. In endlicher Zeit läuft hier die Sanduhr so, dass wir eine neue Grafik kriegen. Bei mir ändert sich hier im Moment automatisch ein bisschen das Threshold, weil ich habe den einfach an das Maximum hier verknüpft. Jetzt wären es mir ehrlich gesagt etwas wenig Trades also bei weitem keine so mehr belastbare Statistik. Jetzt haben wir nur noch 2700 Trades, die wir hier untersucht haben. Man sieht, der Wahrscheinlichkeitsvorteil ist jetzt durchaus deutlich höher geworden, jetzt sind wir schon Richtung 60%, aber sozusagen zu Lasten der Statistik. Also wenn ich jetzt den Schwellwert kleiner mache, dann werden das auch wieder mehr Trades und in Summe wird meine Statistik dann auch wieder besser. Ich weiß gar nicht, die Sanduhr, die sich drehende wird hier gar nicht mit übertragen. Ich mache den mal eben kleiner. Jetzt hoffe ich nur, dass das in endlicher Zeit auch geht. Lass mich mal sehen. So, Zahl steht, jetzt musst du noch gleich auch das X-Treat kommen und da ist es auch schon. So, jetzt haben wir hier wieder grob 10.000 Trades. Wir haben immer noch auch für die verschiedenen Future Candles, also wie weit wir in die Zukunft gucken, durchgehend ein Edge von mehr als 55%. Ja, das kann sich schon mal sehen lassen. Also, da können wir in der Tat einen guten Edge quantitativ ableiten und das auf Basis der Indikator Periode. Dann haben wir hier einen Schwellwert und dann kriegen wir halt den Wahrscheinlichkeitsvorteil auch quantitativ erfasst. Also, mit dem etwas kleineren EMA-Periode sieht das Ganze hier noch mal positiv aus. Soweit zu Excel-Sheets, die ihr auch selber nehmen könnt, um jedes beliebige Underlying mit verschiedenen Indikatoren zu untersuchen. Also, ihr seht, hier sind es schon die ganzen Excel-Sheets da haben wir Distance, Momentum, Regression und und und. Also, es gibt für alles ein eigenes Excel-Sheet, damit der Indikator zumindest schon mal richtig abgebildet ist und das geht dann mit Regressionsgraden, Momentum und dergleichen. Jetzt will ich das allerdings systematisch auswerten. Das ist natürlich ein Problem. Dann hätte ich jetzt hier, ich untersuche gerne in Summe immer 31 verschiedene Underlines, die 31 sind 28 Währungspaare, dann nehme ich gerne noch Gold dabei, bei 29 und dann nehme ich auch noch gerne S&P 500 und den DAX. Da hätte ich jetzt viel zu tun und bei allem hätte ich jetzt auch noch dann die Parameter variieren müssen. Okay, das ist eine Aufgabe für Programme, die machen das dann vollautomatisch und von daher kann ich das Ganze abkürzen. Das heißt, das, was gerade das Excel-Sheet gemacht hat, bilde ich jetzt einfach in meinem Programm ab und lasse es dann für alle möglichen Indikatoren und ihr seht, welchen Parameterraum ich hier in Summe untersucht habe, also alle Indikatoren, also die vorhin genannten, plus noch ein weiterer, der heißt dann gleich Curvature. Curvature steht für Krümmung, also formal juristisch ist es einfach die zweite Ableitung vom EMA läuft darauf hinaus, wenn also die Steigung des EMAs steigt, dann ist es halt eine konvexe Kurve, das heißt, dann explodiert sozusagen gerade der Preis, also wenn die Steigung auch noch steigt, dann geht die, sieht aus wie eine Beschleunigung sozusagen im Chart, das ist dann auch noch ein weiterer Indikator. Ich untersuche das Ganze für Perioden von 4 bis 512 und für Future Candles, ihr seht jetzt gleich eine neue Nomenklatur, ich würde hier keine Verwirrung stiften, aber mir ist es zu spät für die Excel-Sheets aufgefallen, sonst hätte ich es da auch schon drin gehabt, von Future Candles 0, ich erkläre gleich, was das heißt, bis 128 Kerzen in die Zukunft. Ja, also die Future Candles 0 ist in meinem Excel-Sheet gerade die 1 gewesen. Kurz, warum 0? Das hängt eigentlich mit der Programmierung zusammen. Also, wenn man die Daten in irgendwelchen Feldern abspeichert und dann einfach die Differenz zwischen dem Close und dem Open nimmt, dann ist das ja noch die gleiche Kerze. Die ist natürlich dann auch eine Stunde lang, also jetzt im H1-Chart, also die Zeit zwischen Open und Close, aber ich bin ja noch im gleichen Index, also in der gleichen Reihe und deswegen nenne ich das dann einfach 0. also das ist dann die Future Candle Vorschau 0. Okay, also das ist alles um eins verschoben, macht aber nichts, soll nicht auf die eine Stunde ankommen. Jetzt habe ich aber eins noch ein bisschen detaillierter gemacht. Wir haben gerade im Excel-Sheet einfach gesagt, okay, wir untersuchen R-Long und Short gleichzeitig und die dann auch noch symmetrisch. Aber eigentlich können wir ja was anderes cooles machen. Wenn wir doch so einen Indikator haben, ich mache es mal am RSI, das ist ein bisschen einfacher ad hoc zu erklären, weil der RSI hat automatisch einen eingegrenzten Wertebereich und der geht von 0 bis 100. Bei anderen Indikatoren hängt es ein bisschen vom Underlying ab und was so alles passiert ist im Chart der letzten zwölf Jahre. Also zum Beispiel die Slope EMA, also die Steigung, die kann natürlich auch mal richtige Extremwerte annehmen, was sie auch getan hat, insbesondere in der Finanzkrise. Jetzt kann ich ja eigentlich hingehen, diese Werte, die ich da habe, einfach mal in Gruppen einteilen. Das haben wir auch in einer anderen Strategie schon mal gemacht, ziemlich erfolgreich. Und ich nehme jetzt einfach willkürlich acht Gruppen, also die Zahl acht ist nicht ganz vom Himmel gefallen. Ich habe gerade schon im Excel-Sheet auch sowas gesagt wie, ich möchte, dass wir zumindest so 10.000 Trades noch haben. So ähnlich habe ich es jetzt hier auch gesagt, also streng noch, wenn ich dann 16 Gruppen nehmen soll, aber egal, wegen Long und Short. Ich will halt noch in jeder Gruppe genügend viele Trades haben. Also ich will auch nachher gucken, soll ich jetzt wirklich nur das absolute Extrem traden? Also extrem ist nachher die Gruppe 0 oder die Gruppe 7. Also 7 wäre dann immer das mit den ganz großen Zahlen, also große Abstände, positive, große RSI-Werte, also nahe 100. Und dann würden wir den wahrscheinlich annehmen, machen wir am besten den Short Trade. So kommt es auch übrigens raus. Das heißt, wir können das Ganze noch feiner uns fragen, wie und wo ist der Edge eigentlich am größten? Und um jetzt die gesamte Untersuchung zusammenzufassen, kann ich euch in Wahrheit ein einziges Excel-Sheet zeigen. Hier stehen alle Resultate dieser Untersuchungen drin. Auch das könnt ihr gerne haben. Ich will es etwas größer machen und dann erklären. Weil im Zweifelsfall habt ihr hier den Input auch noch für alle Detailuntersuchungen. Ich leite aber gleich die Schlussfolgerungen bis hin zu den besten Indikatorenperioden und 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 auch gleich hier noch ab. Aber hier sind sozusagen jetzt meine Rohdaten. Gucken wir uns mal eine Zeile an. Da steht das Währungssymbol, der Indikator, den ich verwende, der hat eine Periodenlänge. Minus 1 LS steht Möffel Long Short Minus 1 heißt ich untersuche Short Rates Future Candles 0 also genau die eine Kerze und dann seht ihr schon Gruppe da kommt dann hier von 0 bis 7 steht hier auch noch welche Grenzen diese Gruppen haben also die Limits damit etwas in diese Gruppe reinfällt habe ich auch nochmal hingeschrieben und dann steht hier die Hitrate ok steht da 46 oh Gott das ist aber schlecht jetzt gucken wir uns allerdings mal das erste sozusagen die ersten 8 Zeilen simultan an was heißt das das heißt ich frage welche Hitrate habe ich wenn meine Curvature besonders klein ist und ich dann ein Short Rate eingehe ok und so weiter gucken wir uns das mal kurz an wenn wir uns mal genau die 8 angucken dann findet man so ein Verhalten und das findet man hier querbeet durch alle möglichen Symbole Gruppen Indikatoren Perioden Future Candles ist meistens einfach nur ein solcher in dem Fall aufsteigend und für die Long Richtung ist es dann einfach genau andersrum was heißt das hier steht nichts anderes als als das jetzt macht Excel natürlich 1,2,3 bis 8 drin eigentlich steht 0 bis 7 also Gruppe 0 das werden dann wenn dieser Indikator ohnehin sehr sehr kleine Werte aufweist und ich gehe dann einen Short Trade ein hier steht nichts anderes wie das ist schlecht und genau auf der anderen Seite wenn er also sehr große Werte annimmt und ich dann einen Short Trade eingehe das ist gut und das findet ihr rauf und runter in allen wenn man das sich hier mal im Detail von allen anguckt also in Summe stehen hier eigentlich die Ergebnisse für 214.000 verschiedene Auswertungen aber die fassen wir jetzt mal zusammen um zu wirklich echten Schlussfolgerungen zu kommen und solche Schlussfolgerungen könnten zum Beispiel sein naja was ist eigentlich die beste Gruppe also ich habe das einfach hier sozusagen runter reduziert dass ich jeweils gefragt habe okay jetzt sag mir mal bitte für jeden das ist sozusagen hier die erste Zeile ist die Zusammenfassung der ersten acht Zeilen von gerade sag mir mal für die für einen bestimmten Indikator bestimmte Periode sag mir mal was waren eigentlich die beste Gruppe und für Future Candles 0 ist die Gruppe 7 wie wir gerade auch schon gesehen haben und dann haben wir 53% okay und so geht das jetzt hier weiter das ist natürlich immer noch ein bisschen heavy als Gesamtauswertung jetzt sind es zwar schon nicht mehr ganz so viele jetzt sind es schon nur noch 26.000 Zeilen okay aber gehen wir einfach mal einen Schritt weiter wir können natürlich jetzt fragen was ist eigentlich der beste Indikator okay und zwar habe ich die einfach alle summiert meine Auswertungen und ich will euch nur die Ableitung zeigen ich habe einfach die ganzen Hitrates summiert und dann geguckt welcher Indikator hat eigentlich die in Summe beste Hitrate über alles über alle Periodenlängen nicht Gruppen die Gruppe ist jeweils dann die beste alle Future Längen und 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 wenn ich diese Frage stelle und dann nachgucke bei welchem Indikator ist sozusagen der 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 Pfeil hier stelle ich fest Distance EMA that's the best das ist also unser bester Indikator über alle die Unterschiede sind ehrlich gesagt relativ klein aber das wäre im Zweifelsfall wenn ich eine Antwort zusammenfassend geben soll dann ist der beste Indikator Distance EMA damit erreichen wir am besten jetzt haben wir ja nicht gesagt welche Periodenlänge kommt alles noch okay ich will aber auch mal fragen welche sozusagen Future also wie weit in die Zukunft kann ich denn am besten gucken naja auch wenn ich hier die ehrliche Antwort gebe ist meine beste Future Länge genau die nächste Kerze bis dahin komme ich mit der besten Hitrate wieder über alles es ist jetzt hier das sind immer die Zusammenfassungen ich habe wieder die ganzen Hitrates summiert von allen mit Future Länge null das was dann hier als erstes da oben rausragt mit Future eine Candle zwei Candle vier Candle und so weiter das beste wäre die nächste aber auch die anderen sind alle ganz ganz nah dabei also keine so großen Unterschiede ich erreiche relativ gute Prognose auch durchaus noch 128 Kerzen in die Zukunft das ist bemerkenswert ehrlich das ist ganz schön bemerkenswert jetzt kann ich natürlich auch nochmal fragen welcher Indikator welche Periodenlänge von Indikatoren ist eigentlich die beste und da stellt sich raus also wenn man jetzt alle wieder über einen Kamm zieht alle Perioden aufsummiert und unabhängig wiederum jetzt dann unabhängig von der Future Länge ihr seht wir können immer den gleichen Datensatz nehmen und fragen über alles gemittelt was ist dann das beste na dann ist meine Antwort dann nehme ich die Periodenlänge 512 damit komme ich in Summe am besten aber auch hier seht ihr die Achse ist wahnsinnig aufgespreizt die Unterschiede sind extrem extrem klein ähm okay okay ich habe gerade ein paar Fragen noch gelesen und ihr seht gerade die Antworten kommen kurz und jetzt sozusagen munter eine nach der anderen bester Indikator Distance EMA beste Zukunft ja eigentlich nur eine Kerze das wird ein bisschen knapp für Trades aber die anderen sind ja auch gut von daher auch nicht schlimm beste Periodenlänge für den Indikator 512 ich habe natürlich jetzt nicht alles also ihr wisst ich gehe da immer mit zweier Potenzen durch ähm es um alles durchzurastern äh und gehe da nicht von untersuche nicht die 511 und dann auch noch die 512 äh weil sich da ohnehin nicht viel tut okay machen wir weiter mit dem dass wir die Ableitungen machen ähm was ist denn äh jeweils äh gut fragen wir mal über alle was ist denn eigentlich welche Gruppen sollte man eigentlich traden jetzt schreit mir die Zeit gerade schon ein bisschen vorwärts aber ich will euch mal äh schnell hier suggerieren wie dieses ziemlich verrückte Bild auch da die Antwort enthält hier bin ich jetzt hingegangen und hab einfach mein ganzes Excel-Sheet nach der Gruppennummer äh sortiert und ähm ja und dann stellt man fest und dann nur gefragt also wenn ich bei kleinen Gruppennummern bin was sollte ich dann eher traden long oder short wie ihr seht die Zahl ist im Mittel eher bei den bei den Einsen das ist eine witzige Auftragung soll ich mal im Detail angucken hier steht nichts anderes wie also kleine Indikatorenwerte also die negativen beziehungsweise beim RSI äh die nahe bei 0 sollte man long traden und die großen short das ist genau die Aussage die wir vorhin schon hatten nur ist jetzt hier nicht mehr die Statistik irgendwie 1 nee die Statistik ist abgeleitet aus 26.000 unterschiedlichen Untersuchungen ja das hat schon mal ein anderes Gewicht es gäbe auch gute diese Gruppen dazwischen will ich kann ich das eine oder andere mit bestimmten Indikatoren Voraussetzungen ließen sich auch da gut machen ja aber machen wir uns das Leben doch nicht so schwer wenn es denn doch so einfach ist dass wir genau die Extremwerte Reverse Traden auch das kriegen wir hier als Mittelung raus ja über 26.000 einzelne Equity Kurven gewissermaßen okay das ist mal eine andere Aussage als ich finde ein EMA 23 gut das hat ein bisschen eine andere Belastbarkeit und hier gehen wir quer über alle Symbole nichts desto trotz wollen wir natürlich auch mal fragen was sind eigentlich die besten Symbole und das beste Symbol habe ich jetzt habe ich die Liste einfach nach den Symbolen und dann wieder die Hitrate aufsummiert und um die Antwort gleich vorne weg zu nehmen also was ist das beste Symbol was sich damit traden lässt haben wir hier eine absteigende Kurve und die fängt an mit australischer Dollar kanadischer Dollar und die lässt sich am besten mit einem Indikator Edge traden und immer noch gut aber nichtsdestotrotz alles lässt sich in eine Reihenfolge bringen wäre Euro japanischer Yen das schlechteste Symbol interessant gehen wir nochmal vorne auf die ersten Reihen ich glaube wenn man mal so das eigene Tradingverhalten sieht dann weiß ich nicht ob bei jedem das australischer Dollar kanadischer Dollar also der der Fokus des Forex Universums ist für einen solchen Indikator Edge wäre es das schon das nächste ist übrigens der S&P 500 dann Schweizer Franken dann australischer Dollar Neuseeland Dollar Kanadischer Dollar und dann kommt der gute US Dollar also Euro US Dollar das wäre mal die Reihenfolge nach welcher welches Symbol lässt sich am besten mit einem solchen Edge Traden und jetzt will ich das Ganze nochmal weiter zusammenbrechen indem ich einfach frage okay lass mich doch mal einfach nur fragen wenn ich vier Candles in die Zukunft so als Horizont habe ich habe das bewusst gewählt vier in die Zukunft heißt vier Stunden im H1 Chart wer also Intraday Traded will ja nicht ewig warten also mehr als vier Stunden wenn ich jetzt sage traden dann rede ich natürlich nachher auch über richtige Trades die es abzusetzen gilt und nicht nur eine Hitrate frage dann setzen wir Stop Losses dann nutzen wir Profits und dergleichen die wir uns natürlich noch suchen müssen das will ich nicht verschweigen aber ich will ja erstmal noch einen Edge haben wenn ich jetzt schon mal diesen Edge auf meiner Seite habe dann ist der Rest der geht nicht von selbst um Gottes Willen aber dann ist meine Erfolgsaussicht schon mal viel viel besser jetzt haben wir hier zwei Bereiche nämlich also genau genommen hinter den Grafiken steht wirklich im Detail was es eigentlich zu machen gäbe also wer australischer Dollar Neuseeland australischer Dollar neuseelandischer Dollar traden möchte wenn man über die ganzen Untersuchungen geht dann sollte man den Indikator Distance EMA mit einer Periodenlänge 8 für Short Rates und wir gucken 4 Candles in die Zukunft ich gucke jetzt hier immer nur noch 4 Candles in die Zukunft wir handeln genau diese Übertreibung die siebte Gruppe also wenn der Distance EMA besonders positiv ist dann rein in den Short Rate dann sehen wir eine Hit Rate von 56% mit diesem Ansatz und genauso hinter den Grafiken stehen auch alle anderen Symbole und das Ganze geht jetzt zweimal so lang weil einmal sind es die ganzen Shorts und einmal sind es die ganzen Longs mit den Indikatorgrenzen die stehen hier drin Lower Limit Upper Limit und 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 also der einzelnen Gruppen und dann haben wir genau einen solchen Edge jetzt habe ich ganz am Anfang gesagt okay Edge ist ja nett aber was ist mit den Kosten im realen Leben brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr wir müssen mehr also bei einem selbst bei einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1 das unternehme ich jetzt einfach dann reicht ja 50% Edge also alles 50,x noch nicht aus ich habe ja noch meine Kosten Spread und Commission und ich werde aber auch mal eine mathematische Analyse zu zeigen was ich euch sagen kann ist so ungefähr ab 52% für CRV 1 zu 1 werden auch Trades dann positiv 52% erreichen wir für viele Symbole und viele Richtungen okay welches Ergebnis bei Long ich gucke gerade auf eine Detailfrage Long und dem DAX jetzt muss ich kurz gucken dazu schiebe ich einfach mal ich brauche das untere Bild muss ich zur Seite schieben ich schiebe die mal eben zur Seite bis ich bei Long bin und da steht es also DAX am besten für die Long Seite ist ohnehin der zweitbeste der ganzen Long Trades Momentum als Indikator Periodenlänge 8 und hier das ist mal interessant danke für die Frage weil hier haben wir einer der wenigen Ausnahmen ich will erstmal dass ihr das selber ein bisschen nochmal hier mitverfolgen könnt auf die blaue markierte Zeile genauer gucken also Long Trades Momentum Periodenlänge 8 aber Gruppe 7 Gruppe 7 hey es waren doch sonst die für die Short Trades aha außer beim DAX beim DAX kann man quasi Trend Follow Ansatz machen weil hier ist jetzt der Indikator Wert schon besonders groß und genau dann auch erst Long gehen also sozusagen erst wenn wir schon richtig Steigung haben dann gehen wir auch noch Long ist umgekehrt als die meisten anderen aber ist einer der der wenigen Ausnahmen dass ich das so einfach sagen kann dass es eher die wenigen Ausnahmen ist das sehe ich jetzt hier relativ schnell an meinem zweiten Bildchen weil hier stehen dieser ganze erste Block sind die ganzen Shorts wo eher die großen Gruppennummern kommen bei dem zweiten das sind die ganzen Long Trades da kommen eigentlich die kleinen Gruppennummern außer genau der hier das ist der DAX also nochmal vielen vielen Dank weil wir hier genau sozusagen die eine große Ausnahme haben es gibt noch ein paar ganz wenige andere wo hier der Short Trade mit als Trend Follower gemacht wird die 26 hier was kann wir jetzt mit der Tabelle machen ich will jetzt nicht gleich sagen mach daraus einfach eine sture Handelsstrategie also im Sinne von wir machen daraus gleich ein Handelssystem und dann denken wir uns jetzt noch ein CRV und Stop Loss in Prozent und Take Profit in Prozent oder was auch immer aus Timestop nehmen wir vier Stunden weil hier alles passiert wir gucken vier Stunden in Zukunft so weit würde ich nicht gehen ich würde es nehmen für all die die entweder jetzt daraus dann doch tatsächlich eine solche Strategie ableiten wollen dafür brauchen wir aber noch die anderen Angaben oder fürs diskretionäre Traden und hier der Fritz der gerade die Frage gestellt hat er hat das schon richtig genannt es ist wie so ein kleines Nachschlage Werk genau die Tabelle ich kann nachschlagen wann welcher Indikator da aber die Grundtendenz eigentlich für alle gleich ist mit wirklich diesen wenigen Ausnahmen gerade hatten wir eine DAX Long als Trend Follower können wir eigentlich allgemeine Schlussfolgerungen ziehen okay jetzt gucke ich an auf die nächste Frage so eine Auswertung wäre mal für den Kryptowährungsmarkt sehr interessant ist übrigens ganz einfach man nehmen dieses Excel Sheet und hauen einfach die Kryptos rein also als Kurs Daten ich hatte schon mal eine Quelle rausgesucht die habe ich jetzt leider nicht parat wo man auch zum Beispiel H1 Daten Kryptos nehmen kann und könnte die dann auch hier einfügen in der Tat ob Ad-Hoc Trend Follower oder Counter rauskommt möchte ich nämlich nicht fest legen kommt ein anderer Hinweis sagt sind vielleicht noch ein bisschen zu wenig Daten was die Historie angeht also die Historie ist zwar durchaus auch nicht ganz so kurz aber ehrlich gesagt die belastbare Historie für die Kryptos wäre für mich eher höchstens sowas wie die letzten drei Jahre gefühlt sich auch nicht hundert Prozent fest legen davor gab es die zwar auch schon aber da war der Handel vielleicht doch ein bisschen wenig also könnte sein dass wir ein bisschen wenig Statistik haben also wir haben jetzt heute wirklich wieder unwahrscheinlich viele Excel-Scheats gehabt die einen zum selber machen die anderen die Ergebnisse zusammenfassen aus in Summe 214.000 Einzeluntersuchungen und wenn man das alles zusammennimmt auch gerade als ich sukzessive durch die einzelnen Sheets in den ihren Sortierungen durchgegangen bin um festzustellen um eine Einzelfrage zu beantworten nämlich zum Beispiel wenn ich jetzt nur einen Indikator auswählen dürfte welcher wäre es das steht ja hier nochmal dann kann man genau solche Gesamtaussagen treffen und das hilft uns natürlich schon in Summe also nur der eine dann Distance EMA das wäre der auf den ich mich immer zuerst stützen würde was wir auch gesehen haben ist dass und gerade im letzten war eine der wenigen Ausnahmen dass grundsätzlich immer dieses ich nenne das einfach Counter Trading deutlich besser ist als Follow Trading also Follow Trading soll heißen wir haben Preis geht ohnehin schon nach oben und jetzt steigen wir da nach oben drauf und sagen wir traden auch nach Norden das ist Follow Train die Indikatoren mit der gerade gezeigten Ausnahme von DAX deuten eher an hey es ist immer eine Übertreibung die wieder zurück läuft und dann kommt es immer ganz genau auf den Indikator an weil die Aussage ist dann doch verdammt ähnlich über die ganzen verschiedenen Währungs Währungs Symbole Indizes Indikatoren Periodenlängen und noch sogar in welche Future Richtung wir gucken was wir also wissen ist immer wenn wir deutliche Abweichungen haben dann kann man eigentlich schon fast aus Gefühl heraus die Trades absetzen das ist jetzt nicht mehr so ganz mathematisch was ich sage aber wenn man ein bisschen vor den Charts sitzt wird erkennen dass genau das zum Ziel führt und viele tendieren gerne zum Follow es entsteht ein Trend und ich springe auf den Trend auf und das ist in der Mehrzahl eher falsch erst recht wenn irgendetwas vorher heftig war also eine heftige Bewegung vorne weg kam dann ist nicht mehr ist eher die Gegenrichtung das das Relevante und das Richtige das heißt wir haben einfache Schlussfolgerung aber und jetzt bin ich wieder am Anfang jetzt nicht aus dem Gefühl heraus abgeleitet dass ein EMA 38 irgendwas tolles ist und man den unbedingt traden sollte nee jetzt haben wir die Statistik von 21 verschiedenen Indizes sechs verschiedenen Indikatoren mit unterschiedlichsten Perioden und unterschiedlichsten Blicken in die Zukunft und das ist mal eine andere Statistik übrigens ein Datensatz sind immer grob 80.000 bis 100.000 Kerzen also da haben wir tatsächlich ein bisschen Statistik Frage nach noch der Kursdaten Quelle okay wie immer es kommt alles aus für Forex kommt von Dukas Copy und jetzt muss ich kurz überlegen kurz überlegen warte mal und die wie heißen sie denn nochmal und DAX und nein die kommen nicht daher DAX und S&P 500 kommen von HIST Data genau da habe ich es von HIST Data da gibt es auch die Indizes auf kleineren Timeframes runter bis auf eine Minute also genau genommen sind die Daten M1 Daten da kommen jeweils die Daten her gut soweit jetzt ist ja schon wieder die 8 Uhr durch ich habe auch eine ziemlich einfache Zusammenfassung die war nämlich eigentlich gerade schon also vorherige Folie trotzdem will ich einfach nochmal betonen Edges müssen die Grundlage für jeden Trade sein und wir haben jetzt ein ganzes Bündel mit allgemeinen nennen wir es mal Empfehlungen und Schlussfolgerungen abgeleitet und ja die sollten wirklich immer die Grundlage eines jeden Trades sein ich habe die Ausnahme da hingeschrieben außer Mann oder Frau hat einfach ein begnadetes Bauchgefühl und auch das soll es natürlich geben ich kann Einzelweiter ich habe es nicht und deswegen vertraue ich meinen Edges ja soweit für heute ich glaube jetzt gehe ich zum Bier wie angekündigt es ist immer noch 32 Grad draußen sagt mir zumindest mein Rechner ich nehme an bei euch wird es ebenfalls genauso warm noch sein oder vielleicht noch sogar noch wärmer das kommt bei mir hier weiter im Osten dann morgen ja und schon mal vielen Dank für das Kompliment was gerade euch hier schon im Chat hier rein putzelt euch noch einen schönen Abend und dann nächsten Monat natürlich wieder und da werden wir mal uns um Swaps kümmern Swaps die positiven die negativen naja wir kümmern uns natürlich um die positiven Swaps wir wollen bei den Crates verdienen über Nacht und was es da zu beachten gibt und wie wir da vorgehen naja ihr wisst schon nächsten Monat also macht's gut bis dahin tschö